hi Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dabei ist heute wieder der liebe Bunky ja Leute ich spiele heute mal auf Jandros Akkord und Jandros auf mein Account oh schöne Tata nee Alter ich kann die Shady nicht aus wie was packt okay mach mal ähm ich bin so schlecht auf der weise diga ich bin besser als du wieso ist das wenn wir die Runde wartet ihr nur noch mal an die Wiesen ist englisch in der Runde habe ich schon am Anfang gesagt und wartet kann ich mich hierher haben wir haben Kopfgeld gemacht okay Crow alles klar ist wieder am Start Crow ist am Start Digga musstest du sterben Digga musstest du sterben leider ich kann nicht mit Tarra spielen Alter dein Ernst ey ich dachte du kannst mit Tarra voll gut spielen ich habe bitte guooooooood zuduck digga eltich viel zuviel oh warte ich hab die ich hab die 315 oh die hat mich direkt getrackert ich habe die Gold und dann auf dem Rock oder nein leider nicht oh der bohrt nicht Gold er brauche genau ich habe auch verbrachte anbogen um haben sind da gestorben in dicken groß die ich glaube ich kann gar nicht spielen packte viel doch ich kann ich kann noch ich kann noch irgendwie noch mal kann spielen nur auf den leeren kann ich bin ich kann noch meiner spiel ich bin ich nicht gerne ziehen warum die wirst du kannst 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 ja Die Pelle weg! Ich muss Pupsen! Wehe, du pupst im Video, dann kümle ich dich! Leute, der Malz ist auch am Start! Ja, leider! Ah, warte! Der ist... Oh, und wird 34! WTF? Oh mein Gott, nein! Nein, Keline! Keline! Oh mein Gott, nein, er hat 41! Guck mal, ihr rastet so komplett aus und ich mach ganz viel... Ja! Ich auch nicht entschieden! Nein, die haben 45! Doch! Was? Wer ist gestorben? J... Nein, das macht nie sauer! Kron9! Digga, Kron9! Komm, lass mal ihn verlassen! Leute, ich glaub das war keine gute Idee! Wir tauschen jetzt mal wieder Accounts! Bis... Gleit! Hey Leute, jetzt haben wir unsere Accounts wieder getauscht! Endlich wieder mein Account! Guck mal, so dumme, die rastet die ganze Zeit so aus! Und ich mach ganz gemütlich meinen Zauberwürfel! Ach, ich geh mal da! Mach bereit! Also... 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 Weil ich... ihn höher spielen muss! Oh Allah, nein! Der Scotspuffer muss am Start sein! Leute! Und außerdem... Der liebe Banking, also der Emmijohn! Der heißt ja echt Emmijohn! Ich schätze ich das, aber warum sag mein Name? Digga, weil der so heißt! Hey! Ich nicht mal meine, wie gesagt ich mein Name, die ganze Zeit! Seid ihr? Mein eigentlichen wie gesagt ich mein Name! Ey! Ey! Ich wurde einfach... Wurde einfach von Rosa geholt! Da ist die! Na, aber der rot ist jetzt im BH! Ja! Oh! Richtig geworden hättet! Leute! Wenn ihr wollt, dass ich jetzt... Ey! Primo nehmen, lasst bitte ein Abo da! Und schaut mal! Und schaut mal bitte bei Amy Jones vorbei! Also Punkin! Ah! What the fuck! Alter! Der Roboter ist ja einfach von der ganze Zeit hinter mir her, ne? Ich hab' Super-Taco! Soll ich bei einem machen? Ja, ist gleich! Soll ich? Ja, ich weiß nicht! Weil da ist Crow! Oh, da kommt Roboter, komm! Lass durch die Lücke! Lass durch die Lücke! Ist die Lücke? Ein Primo witzig, oder? Soll ich Super-Taco jetzt machen? Ja, hast du von da? Komm hier! Ey, Primo pushen! Oh! 为什么 ch Eisensteck? Brod-ν Oh, ich hab... Äh, ich hab... Help you! Ch명, Ich hab Bibi geholt! Nein, ich hab' Bibigeholt! Ey! Warum lässt du mich allein?! villains! Aber ich muss mir die Hubs genommen. Oh du hast die Hubs genommen. Der hat 30 Stück. So weiß ich das nicht. Oha! Wo kann man jetzt das? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Hab ihn! Ei! Alter! Habt ihr verpackt? Ne, wir haben gewonnen. ich hab kann noch nicht im aufgang 1 2 mir fehlt einfach eine wenn jetzt kein bruder ja genau weil er gedanken lesen geben ich weiß dass man das machen muss war so viel wie ihr macht muss man nicht so guck mal bei Puckin macht die geil er labert sie in Sekunde echt 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 ich weiß was ich immer mache ich über ich ich sprühe immer nein er kackt warum futzt du ich mache das was du ich hab verlasst bei mir abonnieren liegt nichts vergessen Ich hab verlassen. Abonnieren. Abonnieren. Das war Amy Jones. Sag einfach die Wahrheit. Ja, du sag auch die Wahrheit. Amy? Sei jetzt die Wahrheit. Sonst sag ich allen auf YouTube, dass du mal furzt. Schluss. Ja, das stimmt aber auch. Der furzt jede Minute. Ja, Jay, du nicht, ne? Ne, ich furzt nur jede Sekunde. Du, was? Ist so... Ah! Ah, ich hab wieder gefühlt. Warte, ich hör mal wieder. Doch. Was willst du? Und... Und der Banking, ne? Der Banking, der mit mir gerade spielt, der hat meinen Namen falsch geschrieben. Ja, ich bin bitte! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Du hast gut zu gepackert geschrieben. Du hast gut zu gepackert. Du hast gut zu gepackert. Du Geier! Oh mein Gott! die also ja 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 Leute wenn ihr ein Herz und Tiere habt dann bitte und abonniert nicht vergessen oh ey warte 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 leute wenn ihr mal mein erstes gesicht sehen wollt schreibt das mal in die kommentare das wäre sehr gut ja ich bin kein erstes skype du das war schwarz ich chill deine base ok leut ich chill meine base wenn du seine äh und die werbung schützt oh what the fuck hol dir den gut gemacht ich warte ich warte ich wusste gar nicht dass dieser fette roboter so schnell ist oh mein gott geh mal auf shelly ey ich bin voll in ohne schüsse mit ha EVP ha warte ha ha h ha ha h is ha ha das um im und ich meine ich dann nur wie ich mein ziel um die geht das war schon wiederholen fucking my day der super tag kommt her mit so echt mit mir stress haben Ich hab den, ähm, 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 nur mit dem Ernst? Ja. Ja. Ich weiß. Boah! 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 Irre genimmt! Nein! 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 Ja, weil der Lustige einfach zu dem geflogen ist. Ich dachte, ich hätte nicht schicken. Aber egal. Leute, das war so cool. Oh, das war noch viel. Du, ähm, du, ähm, ich lebe dich! Was? Komm, Leute, wir machen jetzt noch ne Runde. Ne, mal, Luriko! Nimm mal, Luriko! Nö, 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 nö! Da kannst du dir auf. Boah! Man hat seh, guck! Äh, nee, kannst du vergessen! Ich hab dann zwei. das ist ja gar nix oder doch eigentlich ist das ganz viel ja 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 immer nur ich habe mir gedacht dass es die beste ausreden in meinem video das ist ja prima nicht das habe ich gesagt auf alles fast mehr und man ja was will wollen die mich umziehen ich bin der ehre komm her ich nehme noch nicht nehmen jetzt das war glück Ja, das war richtiges Glück. Schau doch. Komm mal, ich könnte ihn. Nein. Ah, ey, Bro, hab ihn. Schieß, du hast ihn, du hast ihn. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ciao Leute. Das war's mit dem Video. Und schaut hoffentlich mal bei Bunking vorbei. Und not circulativ. Vergiss nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen. Und drück die Glocke. Ciao.